Das macht keinen Damage hier! Das fällt dir jetzt auf, nachdem du 5 Level gemacht hast. Super Schmier! Ja! 2! 2 Level! Kennt ihr dieses Prinzip, wenn du etwas weißt, kannst du nicht mehr weggucken? So in etwa? Was? Kennst du nicht, ne? Lieber ein Stein in der Hand als Tauben auf dem Dach! Ja genau, so in etwa! Ach fuck, wie sagt man das? Das ist voll behindert! Du bist auf dem Holzweg! Ja, genau! Wer im Glashaus sitzt, soll nicht in ne Hose scheißen! Genau! Ach ne, nicht mit Steinen sprechen! Wer auf dem Glastisch sitzt, soll nicht in ne Hose kacken! Das ist das neue Motto! Oh Mann! Ich hab jetzt was gesehen, ne? Pass auf! Oh, das war geil! Michael Mittermeier war das irgendwie, der ist ja so international auch gegangen, ne? Mit englischer Comedy, ne? Jo! Läuft auch anscheinend sehr gut! Und, äh, der wird halt jetzt so immer, ich weiß nicht, wir Deutschen werden im Ausland immer als Nazis immer noch anerkannt, ne? Also gesehen und, äh, anerkannt! Anerkannt! Ja! Angesehen und, ja, kacke halt! Was macht die F2? 3792, natürlich, ungeklont! Ähm, was wollte ich sagen? Anerkannt! Angesehen und, ähm... Anekdote! Anekdote! Auf jeden Fall hat er, äh, den German Nazi da gemacht, bla bla bla, und dann hat er halt so rausgekommen, ja, im Ausland gelten wir Deutschen als, äh, ja, unhumoristisch! Wie nennt man das? Unlustisch! Ja, genau! Nicht humorvoll! Ja, genau! Und dann heißt es so, in der, in der, in der Schule, kommen die Kinder beigebracht, die Germans, uh, have no sense of humor! Weißt du? Und dann meint er, ja, das ist aber gar nicht mal so verkehrt, weil, alle, viele deutsche Sprüche sind ja auch so, nicht, nicht humorvoll, ja, so, jetzt ist Schluss mit lustig! Ja? Werdest du letzt lachen? Lass da festen! Und, ey, ohne Witz, hab ich mal drüber nachgedacht, das ist echt so, ey! Weißt du, viele deutsche Sachen sind so voll negativ gehalten, eigentlich! The Germans are not funny! Ja! Immer schlechte Laune! Immer so mad! Oh! Me so mad! Fun wie Morgan Egg! Weißt du was, ganz ehrlich, das ist scheiße! Ich geh mal kurz ins Stats! Wer sitzt denn da? Klon, oder? Ja, Klon! Natürlich! Alles klar! Geh ins Stats! Dann bin ich gleich Level 80! Ja, ist mir doch Latt! Das ist mir so scheißegal, ey! Ich kämpf nicht weiter, hier bin ungeklonten! Das sind wieder die Attitudes! Weißt du? Schui, der alte Bonze! Ey Schui, ich kenn nen super Shop! Channel 5! Da steht ein Kamelmann-Shop! Da kannst du Digi-Core kaufen! Für 9M das Stück! Ich hab Digi-Core noch 300! Ist mir egal, jetzt kauf! 23 oder so! Yay, wieder 50M gemacht! Ja, also damit kann ich dich zuschmeißen! Ich hab von den 700 Digi-Core noch 100! Deswegen hab ich jetzt auch ein bisschen Money! Money, Money, Money! 16T noch! Ja, fast 17! Aber 1T gehen drauf für Klamotten! Als nächstes! Ja! Ich muss mir... Ohne Spaß! Ich will mir nen Betamon holen, ne? Jo! Aber da hab ich auch kein Geld mehr für Klamotten! Eigentlich muss ich dann cashen! Das ist so assi! Dann cashen die mal jetzt! Und hol dir die Eggs für 10P-Silk! Anstatt nicht zu cashen! Für 10P-Silk! Und die dann später für 7P-Silk holen! Ja, weißt du dir dann 10er aufladen, weißt? Und 10 Eggs holen oder was? Ja, zum Beispiel! Der Rest kann's ja verticken! Ich mein 4T für nen Dingens für nen 4 von 5er und ich glaub 15T für nen 5 von 5er ist ganz geil! Ja! Ja, schon geil! Schon geil, ja! Schon geil, Mama! Ja, Mama! So, wir machen jetzt hier mal nen kleinen... Ah! Klonerino! Welches Level ist deiner? Ja? 46 mit 30% Ja, warte! Bevor ich hier zu weit vorlevel, dann switche ich mal eben! Ja! Switch... Witz mal eben! So, hier könnt ihr auch kurz gucken, der ist 7-7 geklont! 7-7! Material! Jaaa! Was nehmen wir denn? Sechs mal! Guck, wir sind optimistisch! Sechs mal D! Oh lele! Metal Sea Drummond! Sechs mal! Sechs mal! Das reicht! Alles sechs mal! Ja, ja! Der sind... Mach ich locker! Ganz easy! Geht der jetzt auf 12-15! 12-15! Nein, im Durchgang! Ach, mit nem D-Klon! Direkt auf 15! 12 geht der! Oh LOL! LOL! Failed direkt auf 1! Jaaa! Jaa! 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 Gabumon wollte mich gestern auch verarschen! Natürlich! Und dann Tasta und natürlich das niedrigste! Hammer nice! Hammer nice! Läuft bei dir! Jaa! Das fühlt sich hart! Gegen ne Wand! Rückwärts! Aber läuft! Dann macht die F1! 980! Also ich bitte dich! Jetzt sind wir besser gewohnt hier! Du warst schon mal besser gewohnt hier! Jaaa! Jaaa! Natürlich! Wir können den Chat mal ausstellen! So, weiter! Ohne Spass, ne? Ich lösche Mono davon! Superkackte Vieh, ne? Da könnte man die Live-Erlebnisse von Shuri beim Klon mitbekommen! Beim Klauen! Beim Klauen! Ey, ohne Spass! Was? Was ist los mit diesem Scheiß-System? Du bist so ein Fixer! Ey, ohne Spass! Dann klappt das, ne? Joa, hier das Niedrigste nehmen wir mal, ne? Heute im Sondergang. Sei froh, dass das klappt! Ja, sei froh, dass das klappt! Weißt du, er ist am Ende so hier voll in den Lauf! Aber er kriegt ein paar Stands mehr, immerhin! Läuft doch! Auf was ist er schon, auf zwei? Wer zuletzt lacht, ne? Der lacht am besten! Damn, damn! Natürlich so! Hey, weißt du was? Warum sollte ich jetzt hier nochmal einen hochgehen? Nein! Geh mir dann runter! Geh mir zwei runter! Ja, weil du gemeckert hast, weil die Stats so low waren, weißt du? Deswegen ist der jetzt runtergegangen. Die Stats sind ja auch low! Ja, siehste! Willst du nicht meckern, wird der hochgehen! Och, leck mich doch fett am Sack! Alter Schwede, ohne Spass, ne? Congratulations! Thank you for an skill level up! Nice! Amaze! Congratulations! Backupdisk von 0 auf 1! Du kannst sogar eine Backupdisk nutzen! Du bist los mit dem! Ich weiß! Was soll sowas? Gibt bestimmt Idioten, die das dann von 0 bis 15 nur mit Backupdisk machen! Ja, weißt du, so rich niggers machen! Dann droppt er wieder die N-Bombe! Das ist super! Dann droppt er wieder die N-Bombe! Das ist nicht meine Aufnahme! Kein Ding piep ich raus, nicht! Da geht das immer rauspiepst, ne? Dominance of the Amour! The Amour! Ach genau, wir können ja mal Titel ändern! Upstream oder so hieß der, glaub ich! Natürlich! Hey! Nein! Ich war herbe gut geklont! Ich geh wieder runter, Mama! Geh runter vom Größt! Du hast gesagt, das ist böse! Das waren nur böse Kinder! Böse Kinder! Ah! Ja! Zoomi freut sich! Yeah! Ja, jetzt bist du schonmal auf 6 Attack! Ja! Darüber freust du dich so! Ja, das reicht mir! Das ist mir scheißegal! Das reicht mir! Er kriegt fast ein Kind dabei! Weißt du, ey! Er will doch nicht mal von 3 auf 4! Bei 3 versuchen! Nein! Falsche Karte! Falsche Karte! Für ne andere! Das einmal hatte ich gestern bei Gabumon, Alter! Boah, hab ich grad Kotzen gekriegt, ey! Deswegen ist er auf 9,6! 400 Digi-Core oder so verballert für ne Scheißvieh! Weißt du, bevor ich hier so viel Digi-Core verballere, mach ich immer nur 6,6! Und dann die, die... Weißt du, diese Elite, ja? Ja, diese Elite an Digimon, die ich habe, die wird dann auf 12,12 geklaut. Und wenn sie dann sich beweisen, ja? Und bewähren, dann sind sie vielleicht irgendwann mal wert, 15,15er zu werden. Wenn sie schon 99 sind. Aber... Das ist noch ein weiter Weg. Ja, ne, wenn ich die bis auf 80 gezogen habe mit 99, werden die auch 99 bleiben. Boah, leck mich im Arsch! Nein, danke! Ja? Immer fehl! Ne, bei einer Chance, ne? Da sind 14 Karten und 2 sind falsch. Jo! Und nochmal! Immer wieder dasselbe Bild, oder was? Natürlich! Natürlich! Ich bin echt... Was ist das bei mir auch? Was ist das bei mir auch?